Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen GTA San Andreas. Ja, ich bin extra schon mal hier rüber gefahren, eigentlich. Also hier hinten, da wo die Mission ist, weil ich mich nochmal auf den Weg gemacht habe, um unsere Raketenwerfermunition aufzufrischen. Und auch unsere AK-47, 74, 47, keine Ahnung, habe ich ein bisschen Munition gekauft, 1000 Schuss oder so. Das ist aber wirklich gekauft. Äh, und dann kam die Mitteilung, unser Viertel wird angegriffen. Also, müssen wir da nochmal kurz rüber. Ach, komm schon, Mann. Das ist so ein cooles Motorrad, ne? Dieses Cross-Bike. Bis jetzt beste Fahrzeug, was ich hier gefahren bin. Das ist so ein bisschen. Statt nach Lassbieter. Ja, es ist die Motorbike. Oh man So ich bin Feuer und Flamme Baby Jetzt brennt das Motorrad Baby wenn das kein Spaß ist ne dann weiß ich auch nicht Komm her Baby Ich fahr nie wieder im Kreis Let's go dump us some busters Come on Okay you wanna shoot shit that's fine by me You better treat me with respect fool I'm listening honestly What a baby Okay where that gets I'ma get me a happy farmer kid Move moron move Take me away from all of it Aha So Drive Baby zu machen ja komm We should blast on some food since we're here You my kind of girl We should have to find a couple of people We should have to find a couple of people There, 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 there We should have to find a couple of people Tobe dich aus mein Schatz Tocke dich aus mein Schatz So, wir bringen sie nochmal schnell nach Hause. Oh, ein Käffchen. Natürlich. Klaro. So, noch einmal Lebensqualität abholen. Oh, das ist unglaublich. Du solltest für ihn bezahlen. Okay. So. Jetzt können wir aber zur eigentlichen Mission. Ähm, ja. Ich glaube, so viel kommt nicht mehr. Und da wir jetzt viel hier Bandenkriege führen... Ich weiß nicht, ob wir hier alle Viertel holen oder nicht. Keine Ahnung. Aber da wir jetzt hier eh Bandenkriege führen, dachte ich mir völlig nochmal unsere Muni auf. Das habe ich gemacht. Nochmal mit dem, ähm, Raketenwerfer glitscht. Dafür bin ich wieder ganz hinten hingefahren. Das dauert aber 2-3 Minuten. Das dauert echt nicht lange. Das sieht weiter aus, als es Tatsache ist. Ähm, also mich hat es nicht gestört. Ich bin nicht mal rüber geflogen. Ich bin einfach gefahren mit, äh, erst mit dem Taxi. Hab krampfhaft versucht, wie man eigentlich ins Taxi einsteigt, dass die mich da hinfahren. Aber hab ich nicht hingekriegt. Keine Ahnung. Hab nur zweimal den Taxifahrer aus Small gehauen. Ähm, und anschließend bin ich dann mit einer Taxi gefahren. Und, weiß nicht, ein Örtchen davor hab ich mir ein Motorrad geklaut. Weil auf diesen Berg kommt man mit dem Motorrad am besten. Da ist so ein Berg da, wo man hochfahren kann. Geht mit dem Motorrad einfach... Am besten. Hab ich so gemacht. Und dann ist aber so ein Crossbike an mir vorbeigefahren. Mit dem ich halt auch hingefahren bin zum Viertel, da zum Bandenkrieg und dann zu unserer Perle. Ähm... Ja, hab das 3-4 mal wieder gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt 49 Schuss oder so. Bin dann nochmal zum Waffenladen, hab die AK nochmal voll gemacht. Hierher gefahren und dann, ja, den Rest der Geschichte kennt ihr. Nachreich gekriegt, Viertel wird angegriffen. Hingefahren, beseitigt, Vögeln gewesen. Entschuldigung, Lebensqualität abgeholt. Und jetzt sind wir wieder hier. So, ich glaube aber wirklich, guck, wir haben hier... Ja, 44 haben wir. Und... 960 noch. Also ich hab 1000 Schuss oder so geholt. Ich wollte aber ganz gerne vorher nochmal speichern. Aber, naja, was soll ich sagen? Ich glaube, so viel kommt nicht mehr. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, so viel Bandenkrieg machen müssen, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, dass wir genug Muni dabei haben. Was Riot? Hey, be quiet, be quiet! Come on, you bunch of wankers! This is unbearable! Shut up! Officers Eddie Pulaski and Frank Tenpenny, both hardworking members of a community policing unit, have been charged with racketeering, corruption, narcotics and sexual assault. They brought it on themselves! That bastard cost me my farm. And he hogged the block. Fellow Officer Ralph Pendleberry, who had threatened to turn state's evidence and who was then found shot dead in a supposedly unrelated gang incident. I'll say 20 years. Try five years! Cops always get off easy! Yeah, I heard that. Retracted witness statements and now the disappearance of fellow Officer Jimmy Hernandez and Officer Pulaski himself believed to be on the run. Nein, der ist tot. Oh wait, they're exiting the courtroom now. That bastard Pulaski will probably turn up dead, just like the rest of them. In light of the lack of evidence against my client, the district attorney's office has seen fit to drop all charges since this innocent man. That's bullshit! You see? You can't trust the system, man. This surprise decision is wholly unprecedented. Oh man, there ain't no justice. It's just us. I've been arrested numerous times for totally natural behavior. Yeah, du mit Sicherheit. Oh god. Nobody's gonna be riding in my hood. I don't know about that, Holmes. Look, the whole city is going up. People are fucking pissed off about this. People don't know what they want. We all being used. You see, man? It's always the same, friend. Power systems corrupt everyone. Look, I said we gonna secure the hood. We ain't getting shit together so some idiot can burn it down. Okay. Shit's real fucked up, man. Yeah, but we gonna handle this ourselves. Shit's real fucked up, man. That ain't no justice, man. How does Scum by 10 penny stay on the streets? Man, I don't know. Just the white shit stacked, I guess. Man, this is fucked up. We should take that bastard down on himself. And we will, sweet. That would be sweet. I hope I'll be with him. Who was the weird Brit? What? Oh, Maka? He got a little problem he can't control. What kind of problem? He can't stop, you know, giving himself a little bit. What? You mean he likes himself? Professor Hans Jerkoff? Yeah, break it. Spank the monkey? Yeah. Take popular out? Quit it. Burp the worm? No, man. You can be critical here. Yeah, stay calm. It's no problem. They just hit everyone on the floor. What's going on here? Shit, look at this place. Even old ladies robbing shit. I guess it's better than staying home and watching the shopping chapter. Yeah, go out there and get yourself a bargain. I guess it's better than staying home. Why are you here? I hope our pearls stay home. Shit, man. You're a real man. Ten penny responsible for all of this. As if the ghetto ain't wrecked enough. Come tomorrow most Decentral's gonna have new TVs. Look at them, like angry kids and some shit. They just tearing up their own neighborhood. Nothing good is gonna come of this. You need anything? Give me a call. I'm gonna check out the city and see what I can see. You be careful out there, CJ. Okay. Immer doch. Immer doch. Klaut der hier nen Fernsehen? Was will der denn? Wer denn? Was will der denn? Alle von mir, Alter. Ach, das ist dem geschuldet, weil die ja alle ausrasten. Können wir am Arsch schlägen? Das ist nicht fair, Mann. Karl! Mann, ich brauche deine Hilfe. Can I help you guys, hombre. It's time you help me and my homies. My hood screwed up, too. We got this shitty neighborhood on lockdown now. Alright, what you need? It's time to get my old gang back together. Push out those yay-slinging punks, eh? I know, but I got a lot going on right here in my own hood, man. And I made my brother a promise. All your brothers want you to do is pay back your debt, CJ. Okay, warum nicht? So, Jungs, was macht ihr? Wenn du kein Baller oder kein Buster bist, Alter. Du bist ein Buster, Alter. Du bist ein Buster, Alter. Alter, du bist ein Buster. Alter, du bist ein Buster. Alter, du bist ein Buster. Alter, du bist ein Buster, Alter. Ja, wir besser schauen uns, Alter. Wir wollen nicht auf den Ballers trip, wenn das Buster geht. Man, Tenpenny hat das Zentrum zu sein. Das ist mir. Du bist ein Buster, Alter. Du bist ein Buster, Alter. Du kannst mir alles fragen. Okay, hier geht's. Ich möchte mich für Kendal eine Frage. Was ist der Problem? Call oder? Hier, benutze mein Telefon. Nein, Homes. Die Frage. Was? Oh, shit. Du meinst, die Frage? Ich bin okay mit dem. Ich danke dir für mich zu fragen, aber... Na, ich weiß, du bist cool, Homes. Aber es ist nett, Mann. Er ist der Problem. Kannst du ihn? Ja, sicher. Ich spreche mit ihm. Danke, CJ. Das bedeutet viel für mich, Mann. Warte, hier brennt echt die Luft. Was macht er denn? Ja, hier sind doch keine mehr. Oder? Wie soll ich an das? Was ist das? O, was ich gerade 했e? Nein, aber auch. Wenn du einfach nicht... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Egal, jetzt? Was ist das? Dich? Was ist das? Hey, was machst du mal so schnell? Was machst du da? Hauf damit, du Idiot! Hey, was stimmt mit dem Spiel nicht? Ey, Corona! Jetzt muss ich Tatsache noch welche holen, ja? Weil der eine Pfosten aus dem Auto gesprungen ist, oder wie? Oh, man, I can't... Come on! Man, damn! Hey, what's going on, man? We got some work to put in, you down? Hey, follow me, dude! I ain't had a drink in years Get close, homies! Family's for life, homie, you down? What are we waiting on? Hey, Hanson! Right quick! Hey! 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 What kind of thing?? Hey! entrust Ich habe immer einen Buster! Ja, ich bin immer wieder! Die Leute, wir haben immer wieder zu tun! Ich bin ein Mann, das ist ein Mann! Ich bin ein Mann, das ist ein Mann! Ich bin ein Mann, das ist ein Mann! HOME, hier! Was ist das? Oh Gott, ey. Wer kann ich ja nicht mitnehmen. Hallo. Shit's real serious, man. Look at the streets, ey. Yeah, we better watch ourselves, man. We don't want to get caught on the ball trip or the shit's going down. Ten pennies off the central to his knees. Ah, vielleicht wurde der rausgeballert vorhin. Der ist gar nicht ausgestiegen. Der wurde bestimmt aus dem Auto geschossen. Ah, jetzt hab ich's auch gecheckt. I have a question ask you. Yeah, what? Wait, it's personal. Come on, man. We're brothers you and me. You can ask me anything. Okay, here goes. I wanna ask Kendall the question. What's the problem? Call her, go. No, Holmes, the question. What? Holy shit, you mean pop the question? Well, I'm okay with that. You know, I appreciate you asking my permission and shit, but... Nah, I know you're cool, Holmes, but it's sweet, man. He's the problem. Can you talk to him? Sure thing, Caesar. I'll talk to him. Thanks, CJ. That means a lot to me, Holmes. Those vagos, man! I'm gonna cut those cacos! Raspa'lo hasta el hueso! Hey, carnales! What's cracking, Holmes? Caesar. And you must be CJ. Caesar says you cool, so we cool, Holmes. Okay, check it out. We're gonna have to work our way through this neighborhood to get to my house. If we stick together, those vagos, pendejos won't stand a chance. Watch each other's backs, amigos. Hasta la muerte! Hasta la muerte! Mohammed-san, This noise man is ada- Tous en finisandag, asht온os. Northside, lagos assholes! Quick, скelgo!고! Bullshit! Okay, dude. Shit say close! Who's that with a penna? Huh, what's the penna? G.S.F. for life! It's on now, Fargo! Get my back, homie! Oh, shit! I got a gun! Get down! You should try it right up their head! Send them duckets over here! Oh! Hey, give me that paper! Das ist jetzt nicht die feine Art, aber Ich habe einfach wieder mega Schiss, dass Dass er drauf geht Das ist jetzt die 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 Alles gut Herr Polizei alles gut das war die easy bitty now we're going to the viper's nest this is where it gets tough luckily we have a little surprise up our sleeves eh sonny that's a rocket launcher man we'll bring the national guard down on us look around you cj the whole city is a war zone come on i'm gonna take my house back oh fuck hazer he's pretty bad caesar watch it there more models they're coming over the walls lol oolter wo wo 40 got won't you not shoot Was sind die Jungs? Ja, das sind meine Ducats jetzt! Gib mir die Grip! Was ist das, Alter? Was warst du denn? Was warst du denn? Let's fucking finish this! I'm with you, man. Let's take these punks. Find a new home, assholes! Vagos on this hood! Torch those Aztecas! Hey, motherfucker! One of them, oder was? This is all you giving me! Das ist das letzte Mal. Wie ist Hazer? Wir müssen ihn nach einem Krankenhaus kommen. Hey, ich nehme ihn. CJ, du hast mehr genug gemacht, Holmes. Du solltest zurückkommen. Alles klar, S.A. Ich sehe dich nach all diesem Zeitpunkt. Danke, CJ. Glückwunsch, mein Freund. Oh, ich will das so kurz klauen, mein Du Arsch. Ich will sehen, was ich auf den Straßen finden kann. Big Love, Bro. Viel Liebe, Bro. So ist das machen wir jetzt mit ihm, oder was? Was hat er noch mal gesagt? In Los Santos übernehmen. Wir müssen diese Bellas und Vargas wissen, wo sich Smoke verkrochen hat. Aber solange die Groves-Families nicht die Kontrolle über die Straßen haben, ist sein Geld mehr wert als unser Ruf. Was hast du vor? Wir müssen diese Bellas und Vargas mit allen Mitteln bekämpfen. Wir müssen alle ihre Viertel angreifen. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, bin ich dabei. Ich sehe mal, was ich auf der Straße herausfinden kann. Big Love, Bruder. Du musst mehr Gang-Territorien in Los Santos übernehmen. So, das heißt, ich muss die Viertel einnehmen. Fangen wir hier an, oder? Was wollen die denn von mir? Hat doch gar nichts gemacht. Was wollen die denn von mir? Hat doch gar nichts gemacht. Ich bin Richard Burns. W-C-T... Ich bin Richard Burns. W-C-T... Ich bin Richard Burns. Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 whoa, okay. Chill doch, chill doch, hey, 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 hey! Wo ist denn so ein Sprühladen? Hier. Alter, die ganze Stadt kämpft gegeneinander, aber mich wollen sie haben. Toll, voll umsonst jetzt, aber okay, wir sind eh am Ende, Freunde, ich bedanke mich für's zugucken, ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, lasst mir gerne was da passt, hoffe ich auch wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal, ciao, ciao.